Real-Superstar Cristiano Ronaldo, 32, mag es gern exklusiv und pompös und genau deshalb soll es auch für seinen Sohn Cristiano Jotter. 7. Nur das Beste sein Ein 84-Meo-Transfer soll Jürgen Klopp, 50, und seinem FC Liverpool die Champions League sichern. 7. Manchester City und Trainer Pep Guardiola, 46, verpassen beim 0-0 bei Crystal Palace den 19. Liga-Sieg in Folge und damit auch den Bayern-Rekord. Die große Jahresbilanz der deutschen Fußballstars im Ausland. Gewinner, Verlierer, Pechvögel, alles ist dabei. Ronaldos kleiner Prinz soll königlich zur Schule gehen. Wie der englische Mero berichtet, soll sich der Weltfußballer schon im November in London umgesehen haben. Royales Vorbild ist Prinz George, 4. Der Sohn von Prinz William, 35, und Herzog in Karte, 35, geht auf die Thomas-Butter-Seer-Schule. 560 Schüler bis 13 Jahre besuchen die Schule. Christiano J. Er soll eine englische Ausbildung erhalten und Freunden gegenüber geäußert haben, wenn sie gut genug für William und Karte sind, dann sind sie auch gut genug für mich. Kostenpunkt, rund 20.000 Euro Schulgeld pro Jahr. Danach könnte es auf dem College in Etton weitergehen, das hat auch schon Prinz William besucht. Übrigens, sportlich geht es für Ronaldo Donnerstag mit den Königlichen mit dem Koppa-Achtelfinal-Hinspiel in Numancia E, 21 Uhr, weiter. Bei bild.de bekommen Sie alle Highlights der spanischen La Liga im Video. Auch die Spiele aus der englischen Premier League, der Liga 1 und der Serie A sind hier abrufbar.